Ich bin jetzt wieder Arnie Ja, ich Und ich wollte mir, glaube ich, eine Axt herstellen Ich weiß nicht, was ich herstellen wollte Ich wollte die Tiere suchen, die einen Hut aufhaben Ich will so einen geilen Hut haben Tja, dann musst du Tiere suchen, die einen Hut aufhaben So einen geilen Hut aufhaben Genau Hat jemand Holz? Ähm, sechs Blöcke, ja Was tust du gerade? Ah, da ist reingelaufen Ah, wir können schon einen kleinen Quarz Nee, warum gritt sich das nicht? Jetzt dreht sich's Ich hab was reingepackt Warum ist hier so ein Biom mit so komischem Gas oder Helden und Gras oder was das ist? Okay, wer macht jetzt den Grinder-Job? Ich mach, ich mach Grassland, hey, ich mach schon Helden-Nassland? Machst du? Ah, nee, Symbla, Symbla Symbla macht Was sind das denn? Palmen? Ja, das ist Biom so plenty Würde ich jetzt mal behaupten Ja, ist es auch Ey, cool, ich hab Sugarcans gefunden Ich schmelz schon mal ein bisschen Ey, da hinten ist ein Winterbio Ich geh mal ein bisschen Stein noch holen Warte mal, lass das mal durchschmelzen Ich baue Asus WTF Was ist hier alles? Ich brauche schon wieder Cobblestone Ich fang grad Kannst du mir mal drei geben? Ach hier, das ist ja auch dieses komische Wild-Weed hier Hier kommen noch die Kicks Wildgras, wie heißt das Dreckszeug? Getreide Wildgras Mein Gott, das ist Getreide Lass das Eisen machen Ich will dann erstmal ein Eisenfen Was war das denn für ein Geräusch? Ich hab mir erstmal jetzt mit so ein paar Tools aus... Ah, ich wollte noch eine Schaufel herstellen Beben, ne Palme Ich würde ja sagen, dass wir direkt in Tinkers Construct reingehen, weil wenn die keine Haltbarkeit haben, die Dinger hier... Deswegen will ich eine Schaufel für Clay, Gravel und Sand Genau Aber ich sollte vielleicht nicht unseren Strand hier kaputt machen Die Frage ist wirklich, wollen wir uns eine Farming-Welt rein organisieren, damit wir nicht unsere Welt kaputt machen? Wenn, dann sollten wir uns relativ schnell entscheiden Bei Quicksand? Nicht reingehen Nicht reingehen Hier Dann stirbst du Ne, ich leb noch, das ist so welcher der in der Luft schwebt einfach mal so random Ah, da hast du Glück Ah, dann hast du Glück gehabt Ich hab keine Schaufel, verdammt, so geh mal weg hier Sand, du stehst im Weg Und was ich glaube ich mach hier sowas wie den Zapp und der... Sie sind keine Ahnung von... keine Ahnung von nix hier Ich hätte mir vielleicht meinen Weg hochsetzen sollen Ich hab keine Ahnung... Hätte ich mir auch, ich hab keine Ahnung wo das Dorf ist, aber okay Was ist das denn? Gegenbogen-Hype oder was? Okay, das war gerade muten Ähm... Ich hab grad versucht rauszufinden welche Taste die richtige ist Ja, kannst du mal sagen wie das ist? Wir müssen wieder quicksand Zoom... Armourgubi... Äh... Boost... Irgendwelche komischen Pilze... Warum liegt hier eigentlich über einem Holz? Ich hör ne Spinne Lokomot... Ja, Lokomotion... Ach du Scheiße... Ah... Da ist ein... War ein Squid mit nem... Mit nem... Hut... Und der ist gestorben in der Luft Bevor ich da war Ich kann mir irgendjemand sagen wo das Dorf ist... Ich hab ne Kirche gefunden, ich hab ne Kirche gefunden, das ist schonmal gut Und das find's jetzt Jetzt ist ein anderes Dorf Meep Annes minus 150 und plus 150 Warte, ich glaub das ist das richtige Dorf Ich glaub... Ist das ein Dorf wo ein Typi hier auf dem Dach steht? Ja, ist es, okay Hab's gefunden Ja, gern geschehen Und wenn ich... Wenn ich dich töte, kann ich dann dein Hut haben? Ne Nein Wobei Nicht ausprobieren! Scheiße Bleib stehen! Bleib stehen! Ich werd's ausprobieren, bleib stehen, du Schock! Ja, wir erkunden jetzt hier so'n bisschen... Ah, kann ich mir in Grantscon? Ein Fire Sapling? Bleibst du stehen! Ah, Firewood Sapling Ah, wo bist du nun? Da bist du! Nun mit Narrenkappe Jester, yay! Ah... Jester... Ich bin jetzt ein Narr War hier nicht so'n geiler Villager, der nen Computer aufmacht, oder? Ja, den tötest du aber nicht, wir brauchen unsere Villager Ja, den kannst du töten Ich hab mich ja jetzt extra nen Narrenkappe aufgesetzt, ja Wir sollen Computer aufmacht tragen Äh... Das sieht so Proven Grafter für zwei Emeralds Oder? Nö, eigentlich nicht Was sind das hier für Pilze? Ich will nen Hut haben! Was ist denn das hier? Äh... Was auch immer noch mit dem Pilze? Lukas, du hilfst mir jetzt nen Hut zu finden Ich will jetzt nen Hut haben Was ist jetzt mein Ziel für die ganze Season? Nen Hut finden Boah, der zeigt hier manche Rezepte nicht, aber... Wie ist denn das? Tinkers Construct Vielleicht finde ich alle Tinkers drin oder so Ey, hier ist ne Spinner Muss ich noch mal gucken Hier, Brick macht man mit Grout, macht man Grout Sand, Clay und Grout Genau, ich hab Reed gefunden, was auch immer man damit machen kann Essen? Was hast du hier gefunden? Ist das dieses Wildgras? Kann sein Das kannst du zum Brot verarbeiten, wenn's das ist Okay Probieren wir's mal aus Ach ne, das ist nicht dieses, was so aussieht wie Getreide Nur bisschen anders, sondern... Achso, okay Ich hab auch keine Ahnung, was das hier für ein Biom ist Ist auch nicht so wichtig Ja, Quatsch Ja, Quatsch Hier drüben sind irgendwelche komischen Bäume Da ist Gravel, ich bring Gravel mit, ja? Wir haben hier ein ganzes Dorf voller Gravel, ne? Dann bring ich kein Gravel mit, okay? Doch Oh Gott, ey Ich weiß... Tundra, okay Ich würde nicht wieder ein bisschen Storm... Ist doch wieder... Ich glaube, es ist doch hier ne neue Storm-Geräusche, die sind ausgekriegt, ne? Die ist für 1.6 und die ist noch nicht offiziell draußen Tade, ich wollte mich wieder ein bisschen... Na gut, dann widme ich einfach so mich wieder ein bisschen Sound-Craft, deswegen sind's ein Mod, den ich verstehe Ja Ja, dafür gibt's Internet, wo man nachgucken kann, wie die Rezepte sind, ne? Das auch... Ja, also bei Tinkers Construct könnt ihr euch voll an mich wenden Da hab ich schon voll alles draus und so Ja Was war das... Ist das... Äh... Jaaa... Ich mach mal ein bisschen... Schon wieder ein Hühnchen mit Helm Ich hab auch einen Hut Dann geh doch mal auf Jagd, auf Hut-Jagd Geh ich doch gerade... Missing Texture, willst du mich verarschen? Da hinten ist irgendwie Eislandschaft Ah, da sind ganz viele Berries Ich sichere unsere Ernährung, würde ich jetzt mal sagen Mit dem Zeug Ja, vielen Dank Warte mal... Warte, sind das Berries? Das sind derzeit Karotten Jo и раз Und ich hab mein Hut Ich hab mein Mut Ich hab meinen Hut Ich hab mein Mut Die Höyền Zeppling Was ist das denn? Copper or R Cirrus Ja, mitnehmen Da wächst... der muss in totaler finsternis angebaut werden sonst wächst er nicht das ist könnte ich hab keinen platz mehr im inventar die allberry bushes gehen mir immer voll auf die nüssen ok ich habe sechs copper allberry bushes das ist richtig gut aber die kupfer finden wobei die kupfer findet man nicht so häufig ich hab also aluminium braucht man ziemlich viele echt war das nicht so unnütz von zycraft stimmt das war doch so das unnütz des zeugs von zycraft was kein schwein benötigt hat das gibt es aber nicht mehr da wir keine zeitkraft drinnen haben und spaß da habe ich glaube ich es nicht eigen da habe ich es endlich mal geschafft mich in eh nur viele büttel so reinzufinden und schon machen wir unser eigenes modpack wo ich mich wieder nicht wo ich sehe ja das ist halt 1 5 2 also selbst mit dem dave 20 pack das offizieller ist als unseres hier würdest du nicht klagen ja lass uns das habt ihr schon hatten gefunden was ist das ein gut ein schwein mit einem ja aber nicht die lanze dazu hier ist eine kuh mit hut hässlich hab ihr noch kein bett ich muss jedes connecten die kommen du mal her damit dann diskonente ich mal dass du wenigstens aber keine können wir da noch eine nacht warten das ist mir gerade ein bisschen zu brenn sich hier na komm doch einfach her ich bin aber eh schon weg hier ich bin auch sehr weit weg ich habe keine ahnung wie ich es zurückkomme ich bringe ein bisschen leder bei der gelegenheit mach doch kurz die augen zu äh halt stopp ich habe noch irgendwas gefunden was ich schnell abfahren läuft ich habe die augen zugemer das ist bestimmt klar da war so wie immer tag ja wie passiert sowas nur und gott sprach ich werde mir das im replay noch mal genauer ansehen wusste wenn du in einer warst dann kannst du mir vielleicht auch sagen wie ich dann wieder ach da vorne ist das dorf cool ist ja dann quasi direkt um die ecke hat man die hüte dann einfach auf nee du musst hartrücken und da kannst du den auswählen und da muss man kommt auf da und so ist das die infizierte zum diesen anstecken können also an der hat das boom gemacht der sieht komisch aus dem was macht boom was wenn man mit moos machen äh das ist glaube ich von tinker's construct da kann man doch seine tools mitmachen genau das ist auto repair äh bekommen die wieder repair genau cool ich nehme das mal mit was denn das gefunden oh wir haben schon einen eisenofen mittlerweile ja ja hab ich gemacht bei der ey guck mal hier sind schwebende algen so ihr wollt gar nicht wissen was ich hier alles mitgebracht habe was ist ein matt was macht und was macht und was macht äh ich hab jetzt äh cat tail cat tail katzenschwanz ja genau die soll ich das wissen ich bin ein halbissen direkt ja ja schade lol lol da aus aus neun cat tail kann man ein rolle machen und aus einem cat tail kann man rau eine farbe machen da das klingt ganz ehrlich wenn das jetzt wirklich alles von greck sich kommt dann weiß ich mich ob das der mod nicht verarschen will der will mich verarschen der mod ich glaube wir müssen mit tinker's construct anfangen ja ja ich bin gerade dabei ich nicht aber ich gucke euch einfach was ich halte schon mal ein bisschen aus schon nach mehrärzen und dafür brauchen wir halt aluminium und ich habe noch mehr die gerät habe ich diesen ganzen berries her ist gar nicht wo ich die alle hinsetzen soll ich hab das kaputt leider nicht du musst mal in kompletter dunkelheit setzen ich hab jetzt 48 crowns ich flasste aber auch gerade auf mein herz das auch mit berries zu ich könnte mir eure kandidaten sagen ich habe keine ahnung wo ich bin ich könnte mir eure kandidaten sagen ich habe keine ahnung wo ich bin bei minus 166 353 alter peter ist das dein ernst ist das dein ernst war seine anliegen ausmacht könntest du jetzt noch mal die kandidaten und sagen ich hab die leider nicht bestanden im chat was wo stehen die im chat tatsächlich minus 150 300 ach du scheiße da darf ich immer noch ein lauf leu ich habe hier so eine hütte gefunden die einfach mal so quasi ja warum auch nicht hin ja das geilste wenn man am ende noch die pikixes der turtles oder so sich abnutzen würden schau mal peter was haben wir die streiken was ah yeah seared ähm dann kann ich schon mal ein seared ach wir brauchen glas verdammt wir brauchen lava wir brauchen lava ja hat irgendjemand schon einen kleinen lava zu gefunden ich geh mal lava zu und wir brauchen dafür Metall ich hab ich mach mir jetzt einen Eimer wie macht man sich einen Eimer willst du mich verarschen ist das haben die so hat das ein Eimer macht man sich mit einem Hammer und Eisenplatten krass der Mod will mich echt verarschen wirst du da ihr habt einen Typen mit der keine Ahnung von was soll das werden frag ich mich auch ich glaub da geht grad jemand auf Rage Modus ja ich mach uns mal einen Hammer und schau mal ihr habt einen Typen dabei der keine Ahnung von hier allgemein irgendwie sowas in Mods Richtung hat und dann macht ihr gleich noch Crack-T-Chain wollt ihr mich verarschen wer kann denn ahnen dass die das so machen also Lave höre ich schon mal hören ist schon mal gut das brauchen wir noch also in sich ist es einfacher einen Eimer irgendwo aus einem hier ist ein Cauldron und eine Crafting Table Cauldron brauchen wir Cauldron brauchen wir dann nehm ich den Macht ich muss mal Refined Iron machen nicht dass ihr euch drüber aufregt äh warte mal das war minus 100 noch wo was minus 150 an und einer von der Spanien muss doch man braucht dieses Maus zeug den Ball of Moss und den macht man dann mit Tinker's Construct in dieses Ding ins Reihen, ne? Ist das richtig? Äh... Ich glaub mein Minecraft. Ich hab Schafe gefunden. Töt mal drei Schafe, bitte. Äh, das gibt's so genau drei. Leu. 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 Das ist ein cooler Hut. Den will ich haben. Wo ist der? Da. Haha. Geil. Der ist mein... Ich glaub der, der wird schon mein Favorit werden. Ah, es gibt so viele Hüte. Wie gesagt, ich will, ich will ne Tardis haben. Ja, aber der ist einfach nur geil. Ja, aber ich will das haben, das ist einfach nur geil. Ach, scheiße. Nein, ich lauf schon wieder in die falsche Richtung. Er hat in Creeksand gelandet. So, wo geht's jetzt? Da geht's in Richtung. Ich hab die Schafe verloren. Hm. Ich hab nen Iron Hammer mal gemacht. Der ist schon wieder so komisch, das Wasser. Ich trau mich nicht daran zu holen. Solltest du auch nicht. 128. Das Wasser gibt's aber auch im Groot. Also das ist einem hilft. Was ist denn Quariate Stone? Quariate Stone? Keine Ahnung. Du meinst DAS? Wovon ich keine Ahnung hab. Hey, da hinten ist ein Dorf, das könnte sein, dass das unseres ist. Wie viele Saplings braucht man für so'n Föhrbaum? Äh, EIN. Gut. Dann haben wir jetzt Feuerholt. Ich weiß. Wer hat hier, wer hat hier Kakteen angepflanzt? Ich. Ich bin grad schon wieder ein bisschen am erkunden. Der Hut kann einiges, vor allem wenn man erstmal so durch die Welt läuft und dann erstmal ein Schwein damit sieht. Zeig mal, wo bist du noch? Warte, ich komm gerade ins Dorf. Ja, ich hoffe das ist das richtige Dorf. Das ist Appetite. Hier ist ein Schwein mit Hut. Und? Dürfte ich das... Ja. Oder? Ja. Ah ja, hier kriegst du die Büsche angepflanzt. Ja genau, an den Büschen erkennt man, dass ich da war. Oh nein. Der ist richtig cool. Der ist brillant. Oh ja. Ob ich den kriege, weil ich dich töte? Ey. Geh weg. Aber ohne Spaß, damit hab ich ein Schwein gesehen. Da denkst du dir auch, what the fuck. Was verändert denn? Ey cool, wir haben Iron Furnace. Grout? Was ist denn Grout? Achso, das ist das denn. Stimmt, ja. Kupfer, Kupfer, Kupfer. Hey, haben wir eine Stelle, wo ich meine, ähm, Kopperbusches da anpflanzen kann? Die muss in absoluter Dunkelheit sein, ne? Ey, dann sag mal, wo du bist. Hier unten ist absolute Dunkelheit. Mach mir die Fackel weg. Woher meinst du? Die, das ist oben das Licht. Hm. Das ist schlecht. Ich hab ne Idee. Ja? Wir bauen einen isolierten Raum, der bei hoch ist, und dann sind die Büsche. Das heißt, da kann nix drin spawnen. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Welche hast du? Sechs. Okay, dann kann ich mal haben, oder willst du? Okay, hier ist ne Bio mit sehr hohem Gras. Was nun? Da, da, da. Das ist krass, hier sieht man nichts, wenn man hier durchläuft. Oh, der Inn ist schon gewachsen. Was? Wie? Der Inn ist schon gewachsen. Ja, hier ist nämlich zwei Block hohes Gras. Geh mal weg. Oh ja, das hatte ich auch schon. Das ist witzig. Ey, was mach ich jetzt mit diesen Copper Ore Berries? Äh, anpflanzen und warten. Ich habe, ich hab Gold. Ich mein jetzt mit dem, äh, mit dem was man da erntet, bei den Wecksteug. Äh, das kommt im Ofen. Na fuck, jetzt tu mal rein. Haben wir irgendwie Kohle oder sowas? Im Eisenofen. Ah, einen Kohle haben wir, also weiß ich aber. Wer hat denn hier ein Sealed mit rausgenommen? Nicht. Äh. Ein Sealed Brickfield. Siehst du den Cauldron? Kann ich dir auch irgendwo hier mal hinstellen, oder? Das sind sieben. Ich pack einfach mal einen Ofen. Ja. Äh, Peter? Du hast gesagt, wir brauchen Glas, ne? Und wir brauchen Lava. Gut, dann, wie viel Glas brauchen wir? Äh, lass mich kurz überlegen. Eins reicht, glaub ich. Gut, dann mach ich mal vier. Man kann ja nie zu viel Öl haben von Glas. Ich hab auch noch nicht mal Öl gefunden. Das hab ich schon gefunden. Hast du dir gemerkt, wo? Nö. Als ihr fragt habt, hat der keinen Interessiert. Ach so, ich bin eigentlich grad auf der Suche nach einem, ähm, Dingens. Wenn ihr wisst, was ich meine. Nach dem Dingens? Boah, ey, das ist doch übel zählen. Äh. Äh, nie nach nem, äh, hier so Dungeon-Gesorgs. Damit. Äh. Woran sieht man, ob diese Bärenbüsche, äh, Erntereis sind? Da sind Bären dran. Ja. Wo geht's, Alter? Ähm. M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m. Dann macht man Smattery-Controller. Äh. Gibt's später dann ein... Ach so. ...Rezept dafür. Ja, ich brauche mal schnell. Du brauchst nur einen Smattery-Controller, du brauchst eine Train, du brauchst ein... Hier dieses, äh... ...diese Ausguss-Dingens, aber die sind, glaub ich, das Ausguss-Dingens ist, glaub ich, schon dran. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Ne, desiert Fussett. Genau das Ding. Meinst du? Da ist keins dran. Ah, okay, dann brauchen wir das auch noch. Ich geh da mal hin und baue das mal ein bisschen... Ich nehm mal ein bisschen Kobbel mit. Wir haben kein Kobbel. Was zur Hölle ist das hier drin? Ich hab mir auch als Kobbel. Ich hab mir auch als Kobbel. Ist MFFS drin? Ja. Wollte du noch Frostfield zuerst? Ah. Ja. Ich werd hier grade ziehen... Oh mein Gott. Ich werde hier grade sehr stark massakriert. Hannes, kannst du mal gucken, wie man eine Magnum Torch baut oder wie die heißt? Äh, das kriegen wir nicht hin. Wir brauchen Heal Potion, Stufe 2, wir brauchen Regen- Regeneration Potion. Stufe 2, wir brauchen 5 Diamanten, 10 Gold. Das reicht, das ist schon gut. Ich hab grad herausgefunden, bei Tinker's Construct in dem Mod drin sind Landminen. Landminen? Landminen? Landminen, ja. Hört sich interessant an. Hört sich interessant an. Hört sich nach etwas ein, was man mal einkommen kann. Au. Können wir mal an den Schlaf gehen? Äh, schwierig. Ich könnte mich aber ausmachen. Habt ihr ein Bett für mich? Ah. So geht's natürlich auch. Hm. Irgendwie hat Gott zu mir gesprochen. Entschuldigung. Hä? Scheiße, was ist das denn? Was? Was war das, Lukas? Was? Zum Glück sind Creeper Explosions aus. Ich werd gleich von einem Dingens sterben. Ah, hier sind, hier sind, hier sind, äh, Dingens. Soll ich dich nochmal schlagen? Hier, die, die, die. Äh, hier. Warte, ich hab noch einen Scher. Ja, da steht auch bei uns einer. Creeper! Creeper! Wo? Da! Creeper! Ich glaub, auch Flach ist das sicherste, wo der Villager ist. Ja, ich glaub, da geh ich jetzt. Creeper! Ja, da ist ein Creeper auf dem Weg, das ist schlecht zu gehen. Ich sollte mal zurückkommen. Ich bin irgendwie tausend Blöcke weit von zu Hause entfernt. Ich werf den Creeper mit Eiern ab. Warum kann da Skelett in diesem komischen Gipferser schwimmen? Äh, Hannes, da ist der Creep. Ja, ich weiß. Der kommt gerade. Ja, ich weiß. Aber die Explosion ist aus, ne? Wie viele, wie viele verschiedene Biome gibt's denn bitte? 87 oder so. Boom! Ich hab Lava gefunden. Richtig gut. Ich setz mir jetzt ne Enderchest auf. Yeah. Ne Enderchest, ja. Was ist denn ernst? Ja, warum nicht? Andere Frage, warum? Äh, äh, Gegenfrage, warum nicht? Ja, äh, warum? Lukas, das ist aber gefährlich hier. Äh, ich würd mal sagen, wir müssen schon wieder die Folge beenden. Schon wieder? Ja, warte mal. Oh Gott, ey. Man schafft doch nix in einer Folge. Nicht, wenn man einfach nur so vor sich hinlaut. Nee, wir waren jetzt grad bloß auf Trollkurs mit den Hüten. Ich nicht, ich bin gerade auf der Suche nach einem Dungeon, damit wir einen Eimer bekommen. Da ich keine Ahnung hab, was ich machen soll, hab ich Hüte gesucht. Du könntest einfach mal nach Zeug suchen gehen, halt in die Mine oder so. Nach was? Dass wir Ärzte bekommen. Stimmt, ich könnte einfach mal meingehen, Alter, das macht voll Spaß. Einfach, wir brauchen massig Ressourcen. Okay, dann brauch ich massig Essen, sonst überlebe ich dann nicht viel. Hannes, komm her. Ja, wo bist du? Hier. Du kriegst meine ganzen, du kriegst mein ganzes Essen. Okay, ich hab Lava gefunden. Problem? Ich habe keine Ahnung. Ach so, warte mal, guck mal hier, guck mal, dann kannst du die schon mal backen hier. Ich hab da eigentlich was runterfallen gehört. Das war ein Village, ja. Brauch aber dann. Brauch aber Spitzhacken, ganz viele. Haben wir Korpelsson? Ja. Dann mach ich mir mal so viel wieder. So, okay. So. So, ich sollte mich vielleicht feistiges machen. Ja, ich würde sagen, jetzt einfach mal, wir sehen uns in der nächsten Folge und dann Tschüss. 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 Tschüss.